Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Oh, ein Schweinchen. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Hier. So. Zum actiongeladensten Spiel. Alles grob. Was wollt ihr hier? Ja. Ja, zu dem wohl actiongeladensten Spiel, das es gibt. Sie ist in der Hocker. Ich sehe sie nicht. Ja, der war der Leid. Wir spielen Elodie. Mit Elodie. Wir suchen einen Generator. Irgendwo muss ja mal einer sein. Okay. Sag mal. Das sind keine Gens. Ich weiß auch nicht, was das Schwein alles getreten hat. Es lagen ja noch keine Paletten, oder? Was wird denn das jetzt hier, Jeff? Hä, ist das gleiche Schwein wie letzten Dienstag? Wo ich Bill gespielt habe? Wo einfach nur der Vorteil war, dass ich verwandt mit hatte und wir gesehen haben, dass sie kämmt. Ich habe immer noch keinen Generator. Okay, die Runde ist ja mal richtig verloren. Jetzt schon. Jeff, sag mal, dass du dich mit deinen Handschuhen nicht selber verletzt. Und du bleibst verletzt. Ja, cool. Ich kann ihn nicht mehr heilen. Was ist das mit ihm? Ich kann ihn nicht mehr heilen. Ich kann ihn nicht mehr heilen. Er will nicht, dass ich ihn heile. Deswegen geht's nicht. Was auch immer, er hat eine Taste drückt, weil er läuft ja nicht weg, aber... Dann halt nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Schwein vom letzten Dienstag hieß, aber es ist sehr komisch, dass das Schwein hier wieder genauso campy ist. Also... Was hat er jetzt gegen mich? Was genau hat er jetzt gegen mich? Ich konnte ihn nicht heilen, ihr habt es gesehen. Ich habe ja dann nicht mal mehr die Auswahl heilen bekommen. Er denkt am Ende, ich bin einfach um ihn rumgetänzelt und wollte ihn nicht heilen. Naja, soll er denken. So, es ist auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, die letzte Runde DVD, die ich heute aufnehme. Weil... Es regt mich schon wieder auf. Ach. Ach. Die kommen halt auch nicht retten, weißt du? Die Klüdie sitzt da oben. Was? 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 Eigentlich. The das Universe schon SAID? Was? Was ist das? Was sagt ihr? Die Goldeinchen! Was? Das hat's jetzt gebracht. Jetzt haben wir einen Jen an. Cool. Schwein kommt zu mir. Das ist... Ganz ehrlich. Die Runde kannst du wirklich in die Tonne kloppen. Das brauchst du nicht. Normalerweise würde ich die Runde jetzt nicht auf YouTube hochladen. Ich lade die Runde jetzt aber hoch. Es sollte ein reales Bild dieses Spiels gezeigt werden. Runden in diesem Stil sind leider auch an der Tagesordnung. Ich zeige halt auf YouTube eher Runden, die gut laufen. Wo man irgendwie wenigstens eine Situation dabei hat, wo man denkt, oh das war cool oder das war spannend. Aber ich glaube, Trophy Wife hatten wir letzten Dienstag nicht als Killer. Ich glaube, dann sind aktuell die Schweine einfach nur dumm und ekelhaft. Naja. Wie gesagt, und Ace dachte wahrscheinlich, ich habe ihn getrollt, weil ich ihn nicht heilen wollte. Gut. Soll er das denken? Jetzt habt ihr mal so eine Folge gesehen. Ich meine, die, die im Stream immer mal vorbeischauen, die wissen, dass es auch solche Runden gibt bei DVD. Aber ich glaube, auch auf YouTube sollte man das zeigen. Eine Runde Mist. Danke trotzdem fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge gerne wieder. Ich glaube, Donnerstag gibt es schon wieder eine Naked Challenge. Es müsste schon wieder soweit sein. In diesem Sinne, danke euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.